Hallo Leute, na, wie geht's euch so? Ich bin ein bisschen frustriert mit dem aktuellen Event, aber ich hatte es ja auch schon angekündigt in meinem Update-Video, dass immer dann, wenn gerade bei Dominations irgendwelche Event-Charakter oder irgendwelche Leaderboard-Charakteristiken auftreten, also Leute sich profilieren können und es darum geht, besondere Boni einzustreichen, es gerade bei Dominations, aber ich glaube auch bei allen anderen Situationen im Leben gibt, Leute gibt, die extrem interessiert daran sind, sehr, sehr weit oben aufzutauchen. So ist es jetzt aktuell auch, aber lasst uns das Ganze mal so ein bisschen anders aufrollen. Das letzte Update ist rausgekommen und ich hatte das Interesse, euch schnell zu informieren. Dadurch, dass ich euch schnell informiert habe, habe ich euch Informationen und Prognosen gegeben, die natürlich nur Prognosen waren, denn das eigentliche Event, zu dem ich euch Informationen geben wollte, hat erst am Nachmittag des jeweiligen Tages gestartet. Jetzt haben wir mehr Informationen. Gehen wir das Ganze mal durch. Events gab es bisher auch schon in Dominations. Bisher haben die meines Wissens nach immer sieben Tage gedauert. Danach gab es zwei Tage lang eine Abholzeit und dann wieder eine Pause. Jetzt haben sich die Events verändert und zwar dauern die Events länger. Wir können mehr Belohnungen abstauben und es gibt nicht nur Einzelbelohnungen, sondern es gibt auch noch Tagesbelohnungen, also ein täglicher Belohnungsabwurf, den wir selbst durch unsere Aktivität und durch das Schaffen von Zielen verbessern können, ist dazugekommen. Also es ist etwas mehr wie eine Leistungsgesellschaft geworden. Wer mehr tut, bekommt auch mehr. Aber von Anfang an. Früher gab es ein Event, das hatte immer fünf Stufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die letzte Stufe war das wertvollste. Jeder konnte das Ganze schaffen und von Anfang bis Ende, also sieben Tage lang, waren alle Dinge oder alle Konditionen, unter denen das Event erledigt wurde, klar einsehbar. Es ging darum, feindliche Verteidigungsgebäude kaputt zu machen, Verteidiger zu vernichten, Sterne zu holen, Ressourcen zu sammeln, bla bla bla, Speedups auszugeben. Das war von Anfang an klar und konnte über sieben Tage lang kontinuierlich abgearbeitet werden. Jetzt hat sich das Ganze etwas verändert. Und zwar haben wir einmal die Reward-Leiste. Das ist quasi so ein Zeit- oder ein Fortschrittsstrahl, obwohl eigentlich ist es kein Strahl, er hat ja ein Ende. Dann ist es eine Fortschrittslinie und die beginnt von links nach rechts und ihr seht oben über dem Strich alle normalen Belohnungen, hat sich euch, glaube ich, auch schon intuitiv erschlossen, die jeder bekommt, der die Aufgaben erfüllt und unterhalb des Strichs, ja, so zusätzliche Belohnungen, die man zum gleichen Zeitpunkt wie die normalen Belohnungen erhält, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man auch den Eventpass gekauft hat. Die unter dem Strich sind natürlich in Summe deutlich besser und ja, einfach ansehnlicher. Ist ja auch klar, sonst würde man keinen Anreiz haben, hier Geld auszugeben. Bei 550 langfristigen oder Medaillen, ich kann sie auch rote Medaillen nennen oder EP, ist Schluss und wir bekommen den Bazooka-Turm oder halt im Fall vom Eventpass dieses Guard-Missile-Silo, betrifft mich aber nicht. Dann haben wir noch die kurzfristigen Belohnungen. Und bei den kurzfristigen Belohnungen wird es interessant. Ich meine, jeden Tag wird eine von diesen Vorratskisten abgeworfen. Da können wir draufklicken, uns angucken, was drin sein kann. Wir sehen Receive-to-Rewards, also wie viele Belohnungen drin sind und wir sehen oben sogar noch die Prozentraten, also die Drop-Raten, was für eine Wahrscheinlichkeit sie gedroppt werden. Sehr ausführlich, passt alles soweit. Jetzt ist natürlich die Sache, derzeit, also zumindest laut meinem Kenntnisstand, geht dieses tägliche Drop-System, also die Kiste, die einmal täglich abgeworfen wird, bis Stufe 9. Äh, bis Stufe 9. Danach ist erstmal Ende und wir bekommen keine besseren Belohnungen mehr. Wir haben jetzt hier unten jeweils verschiedene Jahreszahlen stehen, die alle so ein bisschen eventcharakteristisch und typisch angeordnet sind. Wir haben zuerst 1939 Invasion, da muss man drei Ziele erledigen, 1940 Rationing, wieder drei Ziele, 1940 Blitzkrieg, vier Ziele, 40 The Blitz, wieder vier Ziele, 41 Midway, sind sogar schon fünf Ziele. 42 sind fünf Ziele, 43 sind fünf Ziele, 44, 45, 45. Das heißt, in Summe haben wir verschiedene Abschnitte, die wir freispielen müssen oder die freigeschaltet werden. Nämlich jeden Tag kommt ein neuer Abschnitt dazu, immer dann, wenn die alte Belohnungskiste quasi runterkommt. Wir sehen oben unser Level angezeigt, welchen derzeitigen Stand wir mit der Belohnungskiste haben, wie weit fortgeschritten wir sind und wann es die nächste Belohnungskiste gibt. Wenn wir jetzt diese Aufgaben uns anschauen, sehen wir einmal oben am Rand, also wir sehen zum Beispiel hier bei dem allerersten Invasion 1939, drei von drei Aufgaben habe ich erledigt und es ist eine der beiden Belohnungen zufällig rausgekommen, Veteran Machine Gun Army oder Veteran SMG. Ich habe die Machine Gun bekommen, bei Rationing war es der Oil Blessing statt dem Wolf Blessing, also Wolf Blessing. Und dementsprechend können wir oben reinschauen, was für Belohnungen wir kriegen, wenn wir die jeweiligen Aufgaben erfüllen, die darunter gelistet sind. Jetzt sehen wir hier die ganzen Aufgaben und neben den Aufgaben, sofern sie noch nicht erledigt sind, sehen wir auch die blauen EP, also die kurzfristigen EP, als auch die roten EP, sprich die langfristigen, die für das Gesamtevent gelten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ganz zum Anfang die erste Sparte freigeschaltet wird, einen Tag später die zweite, noch einen Tag später die dritte, noch einen Tag später die vierte, ergibt sich, dass das Event immer weiter voranschreitet, bis letzten Endes die allerletzten Sparten freigeschaltet werden. Nichtsdestotrotz muss man die letzten Sparten auch noch erfüllen, um beim Event einen merklichen Fortschritt zu erreichen, ich denke sogar, um überhaupt beim Event bis zum Ende zu kommen. Bedeutet, für das letzte Kapitel, 1945 Victory, haben wir für alle fünf Ziele, um die Kiste hier oben zu erhalten, jeweils nur noch einen einzigen Tag Zeit. Sprich, am Ende wird es wohl daran liegen, weil die Aufgaben auch gefühlt etwas schwerer werden mit der Zeit, wirklich Fersengas zu geben, um diese, also es ist ja auch Motor, Machine Gun, Service Army, ich weiß nicht, wem von euch das was sagt, aber das ist so derzeit mit die stärkste Truppentaktik, die man bekommen kann. Dementsprechend schwierig haben es die Entwickler gestaltet. Genau, das ist so viel jetzt dazu. Was mich ein bisschen irritiert und was so ein bisschen zwiespältig ist, ist, ich habe mir das Ganze durchgerechnet, Anfangs war es so, dass jedes Event oder jede, jeder Unterpunkt von den täglichen Events, also zum Beispiel von Blitzkrieg, haben immer nur 100 kurzfristige und 10 langfristige EP gegeben. Ab 1940 Blitzkrieg hat sich das dann aber verändert. Und zwar haben sie eingeführt, dass man, um diese Kiste hier oben alleine schon zu bekommen, für die in den Kapitel verfügbaren Ziele schon den Eventpass braucht. Also ich habe das erste schon hier, Earn Quick Victory Stars, habe ich 19 von 5 bereits abgeschlossen. Trotzdem kriege ich weder die kurzfristigen noch die langfristigen EP, weil ich den Pass nicht habe. Das bedeutet, dadurch bekomme ich diese Kiste hier oben auch nicht. Und mir fehlen wahrscheinlich auch langfristige EP, wenn es letzten Endes, ups, hier hinten bei den langfristigen Rewards um den Bazooka Tower geht. Jetzt weiß ich nicht, wie Nexen das angelegt hat, denn rein, wenn ich mir das hier anschaue, diesen Bildschirm, sieht das ja hier erstmal ganz klipp und klar aus nach, hey, schau mal, das sind die Eventbelohnungen, du bekommst sie bei den und den Punkten oder bei den und den EP und unten drunter siehst du die Eventbelohnungen, die du bekommst, wenn du den Pass gekauft hast. Also für mich geht diese Implikation, also das ist unausgesprochen, aber ein unausgesprochener, dementsprechend impliziter Hinweis darauf, dass man sagt, alles oberhalb der Linie kann man sich erspielen, ohne Geld dafür investieren zu müssen. Alles unterhalb der Linie kann man nur erspielen, wenn man den Eventpass dafür hat. Jetzt frage ich mich, wird das tatsächlich so der Fall sein? Denn wir sehen ja auch hier diese Kisten, die eigentlich frei zugänglich erscheinen, sind zum Beispiel auch nicht zugänglich. Das Blitzkrieg 1940 Event werde ich nicht schaffen, weil ich den Pass nicht gekauft habe. Das The Blitz 1940 Event hingegen ist schon schaffbar, aber das Midway Event von 1941 ist wiederum nicht schaffbar. Das Stalingrad Event von 1942 ist wieder schaffbar, dementsprechend wird 1943 Battle of Kursk auch wieder nicht schaffbar sein. Hier gibt es Super Heavy Tanks, das ist ziemlich stark. Oh Mann, das 1944 D-Day Event wird wieder schaffbar sein, das 1945 Surrender Event wird wieder nicht schaffbar sein ohne Pass und zum Glück das Victory Event wird wieder schaffbar sein. In Summe frage ich mich jetzt nur, wird die Anzahl an roten, also an langfristigen EP reichen, selbst wenn man alles schafft, aber den Pass nicht besitzt, um trotzdem unter den Rewards hinten den Bazooka Tower freizuschalten. Wenn nicht, das will ich jetzt nicht behaupten, aber das könnte halt sein, fände ich, wäre das mega die Frechheit, weil es so quasi dargestellt wird, als könnte man ihn ohne zu bezahlen bekommen. Faktisch kann man aber die besten Dinge dann alle nur über den Pass bekommen. Und leider muss ich sagen, könnte ich mir sogar bei Nächsten vorstellen, dass sie diesen Weg fahren. Wir werden es in Kürze erfahren. Kommen wir noch zu einem wichtigen Tipp für euch. Ich habe ja gerade davon gesprochen von kurzfristigen und langfristigen EP. Langfristige EP, die roten Medaillen, also diese roten Boni-Dinger, die wir brauchen, um hier hinten Bazooka-Turm und alles freizuschalten, können wir nur bekommen, indem wir diese Aufgaben hier erledigen. Die kurzfristigen EP, die für die Leaderboards verantwortlich sind, wir haben ja noch die Leaderboards, da werden ja am Ende des Events jeweils auch nochmal hier Rewards ausgeschüttet. Die bekommen wir aber auch noch durch andere Sachen. Und zwar, wenn wir unter Event-Info gehen, sehen wir hier unten Earn Additional Event XP bei, und damit meinen sie natürlich die kurzfristigen, 5 Stück für jede gespendete Truppe, 10 Stück für jeden Stern, den man in einem Kampf geholt hat, und 100 Stück für jedes Artefakt, das man im Museum auflevelt. Dementsprechend könnt ihr völlig unabhängig von den Goals, also von den Zielen, die ihr habt, immer weiter eure Punkte sammeln und quasi in der Rangliste aufsteigen und dementsprechend auch eure tägliche Kiste, also hier oben dieses Ding, bis Level 9 weiter verbessern, wenn ihr nur fleißig am Spenden seid, Sterne in Kämpfen holt und eure Artefakte upgradet. Jetzt noch eine Sache, die mich sehr frustriert, wenn wir jetzt in die Leaderboards gehen, und ich kann euch sagen, ich verschwende, oder was heißt verschwende, da war jetzt schon eine Wertung von mir drin, ich setze jeden Tag der Zeit, seitdem das Event läuft, etwa anderthalb Stunden, vielleicht war es mal ein bisschen mehr, aber im Schnitt wohl anderthalb Stunden habe ich pro Tag in das Spiel investiert, nur um voranzukommen. Und ich habe derzeit an Event-Punkten 7.495. Ja, es wird deutlich Leute geben, die deutlich mehr haben oder deutlich weniger, aber allein in meiner Gruppe ist der Erste auf 45.000. Das ist einfach mal mehr als das Fünffache von mir, mehr. Und wenn wir in die globalen Leaderboards schauen, hat der Erste einfach mal 1,534 Millionen. Lasst es euch auf der Zunge vergehen. Ich meine, hat jemand das Doppelte von mir, muss er theoretisch die doppelte Menge an Aufwand oder Zeit da reingesteckt haben. Er hat nicht das Doppelte, oder sie, nicht das Zwanzigfache, sondern das Zweihundertfache von dem, was ich habe. Also jenseits von Gut und Böse. Selbst wenn ich mir hier Platz 100 anschaue und ich bin auf 11.428, ist es einfach nur fernab von jeglicher Möglichkeit, dass ich hier nur irgendwo in den Leaderboards lande. Ich meine, das sind 257.000 und immer noch mehr als das Dreißigfache von dem, was ich habe. Ich habe es jetzt über den Daumen gerechnet. Wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Also das finde ich mega frustrierend. Und ich weiß auch nicht, wie diese Leute an ihre Punkte kommen, dass sie es tatsächlich nur über Spenden und über den Legit-Way schaffen, würde ich sogar anzweifeln. Aber wenn das tatsächlich klappt und ich das quasi Ihnen jetzt nur unterstelle, täte es mir natürlich leid. Aber dann bin ich ernsthaft beeindruckt, weil ich versuche schon echt viel zu spenden, wenn ich mal on komme. Aber mit anderthalb Stunden einsatztäglich und einer Menge an Angriffen. Also ich glaube, ich habe schon eine Menge an Angriffen. Jetzt, wenn ich mal schaue, all die Angriffe, die ihr hier jetzt seht, sind innerhalb von knapp weniger als drei Tagen entstanden. Und das sind halt über 40, 50 Angriffe. Würde ich schon nicht sagen, dass es wenig ist. Führt halt dazu, dass ich nicht mal irgendwo ein kleiner Stern in den Ranglisten bin. Das frustriert mich etwas. Ihr könnt aber gerne auch mal eure Erfahrungen dazu schildern. Vielleicht seid ihr viel höher in den Ranglisten und habt da irgendwie einen Tipp, wie das Ganze mit weniger Aufwand funktioniert. Ob ich da vielleicht irgendwie einen Denkfehler habe. Mich würde es natürlich nur interessieren. Also eher interessieren, wenn es sich um eine legale Art und Weise handelt. Wenn es da jetzt schon wieder irgendeinen Bug oder einen Cheat gibt, dann ist das so für mich, ja, keine Ahnung. Dann macht es halt. Dann ist es aber auch super uninteressant, weil das halt wieder weniger mit Können zu tun hat. Ich nehme euch mit in den Multiplayer. Ich schaue mir noch mal kurz an, was ich machen muss. Weil es hat irgendwie alles miteinander zu tun. Okay, alle Verteidigungsgebäude zerstören. Also ich muss 100% Siege holen. Sterne verdienen. Kommt von ganz alleine, wenn ich die 100% Siege hole. Okay, meine Fighter gehen nicht so oft platt. Das wird aber sich auch von alleine einstellen. Dafür habe ich genug Zeit. Gold, Nahrung und Öl. Auch noch eine interessante Sache. Wenn ihr Gold, Nahrung und Öl sammeln müsst, ist es egal, ob eure Ressourcen komplett voll sind. Es wird trotzdem gewertet. Meine Ressourcen sind komplett voll und das ganze Öl und die Nahrung, das Gold, das ich sammle, fliegt aus dem Fenster. Trotzdem wird es gewertet fürs Event. Okay, Quick-Victory-Stars brauche ich auch noch 6 Stück. Also brauche ich 5 Sterne. Ich muss den Quick-Victory, also den schnellen Siegstern schaffen und die komplette Basis abräumen. Wenn es geht, auch noch ein paar Taktiken setzen. Heilen mache ich später. Die spezielle Einheit meiner Nation trainiere ich schon nebenbei. Trade-Goods kommen auch nebenbei raus. Super, da kann ich extrem viele Ziele simultan abarbeiten. Was jetzt tatsächlich mein Ziel ist, sind genau, oder? Solche Basen wie hier. Obwohl die Fallen sind hier, glaube ich, noch aktiv. Egal, wir versuchen es trotzdem. Es geht mir nur darum, schnell in eine Basis rein, die Basis möglichst wenigen Verlusten komplett platt zu kriegen und danach wieder raus. Wenn die Basis nicht komplett platt machbar ist mit den Truppen, weil sie zu stark ist, hole ich mir ein bisschen Ressourcen, verbrate dabei meine eigenen Infanteristen-Truppen, weil dadurch, dass sie sterben, muss ich sie neu ausbilden. Und wenn ich sie neu ausbilde, werden sie gewertet als meine nationenspezifische Truppe, die ich für das Event trainieren muss. Und dann habe ich quasi auch schon was für das Event gewonnen. Es ist auf jeden Fall für mich zu begrüßen, wenn meine eigenen Infanteristen ein bisschen sterben. Ich habe auch meine Truppenkomposition etwas angepasst, für alle von euch, die wissen, womit ich normalerweise spiele. Die werden auch wissen und gerade sehen, boah, mir gehen so viele Truppen drauf, weil ich so viel rede nebenbei. Ich kann mich echt schlecht konzentrieren. Ist aber egal. Dann machen wir noch einen Trainingssegen an. Wir müssen, nee, die ist, es gab eine Aufgabe, wo ich Segen aktivieren musste. Ich glaube, die habe ich aber schon geschafft. Jedenfalls, da sterben mir noch welche. Jedenfalls wollte ich sagen, es ist in Ordnung. Wenn meine Infanteristen sterben, wenn die Bazookas und so sterben, ist es etwas blöder. Gerade ist auch mein Timer abgelaufen. Jetzt muss ich mir kurz die Finger verkreuzen, damit ich das nicht vergesse. Und zwar beginnt heute Abend ein Weltkrieg. Wir haben den Weltkrieg sowieso mit aller Wahrscheinlichkeit schon wieder verloren. Es sind sehr, sehr, sehr extrem starke Gegner, die mit Sandbags und Crashbases dagegen arbeiten. Aber das machen ja die allermeisten. Und dementsprechend haben wir hier keine große Chance zu gewinnen. Wir haben auch schon mal gegen die Gegner verloren. Das sind unter anderem, glaube ich, Level 340er Basen. Also wirklich Weltraumzeitalter max. Gemax, das max der Basen dabei. Und die kriegen wir halt einfach nicht platt. Gerade nicht in der Fülle. Der Gegner hat 10 Mal Weltraumzeitalter, 4 Mal kalter Krieg. Wir haben 5 Mal Weltraumzeitalter, 4 Mal kalter Krieg und alles da drunter. Aber ich habe ein Artefakt bei mir, das gerade noch abgegradet wird. Und das müsste ich noch rausholen. Und dafür habe ich mir jetzt eben den Wecker gestellt, dass ich vor dem Weltkriegsbeginn noch das Artefakt kurz mit, ich glaube, es dürften 4 oder 5 Kronen sein, also 14 Minuten, wo ich es beschleunige, das Artefakt verbessere. Und dann habe ich das Artefakt nämlich für den Weltkrieg verfügbar. Ich halte meine Finger gekreuzt. Wir haben ein bisschen Ressourcen mitgenommen. Okay, wir haben auch 4 Infiltratoren hier verloren. Das ist natürlich nicht so schön. So, wir haben auch schon wieder zu viele Handelsgüter. Da nehme ich einfach direkt nochmal eine Öllieferung mit. Welches wird denn hier abgegradet? Irgendeins hier wurde abgegradet. Und zwar hier. Wechseln. Verbessern. Genau, 6 Kronen. Bingo. Wechseln. Okay, da dürfte ich sogar, glaube ich, ein bisschen EP für bekommen, weil ich habe ja ein Artefakt jetzt abgegradet. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Können wir auch direkt noch was draufhauen. Die Werte haben sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Ja, okay. Das ist sehr gut. Und jetzt müssten wir ein bisschen EP hier bekommen haben. Genau, haben wir bekommen. 7605. Jetzt geht es direkt wieder in den Multiplayer. Ich habe das Artefakt aktiviert. Das hier ist zum Beispiel so eine typische Basis. Es geht mir jetzt gar nicht mal primär um die Ressourcen, weil die Ressourcen werden die Tage über ohnehin automatisch reinkommen. Dadurch, dass ich einfach meine, ähm, wie heißt es, die Farmen, die Ölböhrtürme, alles leere, dass ich ein paar Angriffe mache. Mir fehlen irgendwie noch 20 Millionen, aber die werden, wie gesagt, von ganz alleine reinkommen. Ich sollte mich halt eher darauf konzentrieren, schneller Siegsterne zu holen. Weil manchmal, wenn ich im Multiplayer unterwegs bin und zu viele Leute Orden bei mir abladen. Also einfach nur reinkommen, eine Truppe setzen und sich direkt danach wieder verpieseln. Nebenbei eine ganz krasse Basis hier. Wir haben zwar die Bunker komplett abgegradet, aber der Rest ist übelster Schrott. Wir haben noch die erste Katapultstufe. Irgendwelche Lanzenpeaker hier. Okay, die Burg war auch relativ hoch, aber das ist auf jeden Fall eine geruschte Basis und ich glaube, die wird sogar von irgendeiner höheren Allianz sein. Es sieht nämlich ziemlich gezielt geruscht aus. Nämlich als ob jemand hier alles für den Weltkrieg relevante, um eine starke Offensive hat, gepusht zu haben. Ihr könnt das Video nochmal zurückspulen und achtet mal genau drauf, was alles gepusht ist. Er hat hohe Generäle, hohe Bunker für die Verteidigung und ansonsten ist alles ziemlicher Schrott. Es sieht auf jeden Fall nach einem zweiten oder dritten Account aus. Ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, ja genau. Ein paar Eventziele erledigen sich von selbst. Andere Eventziele muss man nachhelfen. Und wenn jetzt immer wieder Leute bei mir vorbeikommen und quasi nur eine einzige Truppe setzen, mir ihre Orden quasi schenken, ich rutsche in den Orden weiter hoch, kann es halt durchaus sein, dass ich tagsüber on komme. Und früher hat man sich das gewünscht. Heute ist es eher so ein Fluch, wenn man sonst auf zu starke Basen trifft. Aber dann komme ich online und bin immer wieder bei 2.800, 3.000 Orden. Das will ich einfach nicht. Ich versuche dann mutmaßlich wieder auf 2.000 Orden runterzukommen. Aber das verbraucht dann viel Aufwand. Und dementsprechend, wenn ich in Multiplayer-Kämpfe gehe und jetzt meine Mauern nicht max sind, wie sie es jetzt gerade sind, ist es mir oft nicht wichtig, die Sterne zu holen, weil oft auch meine nationalen Handelsgüter dann tatsächlich voll sind und ich die nicht brauche, dann geht es mir halt tatsächlich nur um die Ressourcen und dann hole ich, wie gesagt, auch nur die Ressourcen und hau danach wieder ab bei der Basis. Das bedeutet, die 100% fallen oft nicht, im Normalfall, wenn es jetzt kein Event läuft und ich nehme den schnellen Sieg dann nicht mit, damit es nur 3 Sterne werden oder manchmal sogar nur 2. Und jetzt während des Events ist es halt wichtig, auch den schnellen Sieg zu holen, weil ich den für eine Eventaufgabe ja noch brauche. So, ich habe die Musik auch wie gesagt noch ausgemacht, ich weiß nicht, achso, noch eine Sache, die ich euch sagen kann, sie ist jetzt nicht mega effektiv, aber für alle Leute, die so ein bisschen mit dem Ölgedanken spielen, wenn ihr sehr, sehr schnell sehr viel an Öl upgraden wollt, also zum Beispiel in der Schmiede jetzt zwei große Ölforschungen nebeneinander laufen lassen wollt, also immer 250.000, kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr auf 250.000 Öl seid, so wie ich es jetzt eben war, 265.000, also alles max habt, die Schatzkammer, da ist schon Öl drin, dann habt ihr hier noch im Kommandoposten alles voll, dann könnt ihr gleichzeitig noch machen, das ist zwar auch eine große Verschwendung, aber in die Bücherei gehen und irgendeine Forschung starten, die viel Öl kostet, nur starten, ihr lasst sie nicht auslaufen. Wenn ihr sie gestartet habt, ich glaube, die hat mich jetzt genauso hier wie unten Advanced Ballistics 69.000 Öl gekostet, das heißt, ich habe 69.000 Öl gezahlt, die Forschung läuft und ich kann sie jederzeit zurückziehen, bekomme aber nur die Hälfte erstattet. Ist wie gesagt sehr verlustreich, aber wer eh zu viel Öl hat, kann sich so, wenn er kurzfristig mal sehr viel Öl braucht, aber ansonsten zu viel gelagert hat, eine kleine Reserve bilden. Wenn jetzt zum Beispiel meine nächste Forschung ausläuft und dann läuft direkt die zweite Forschung hinterher aus und ich brauche dann innerhalb von zwei Tagen 520.000 Öl und schaffe das nicht, kann ich halt da nochmal eine kleine Reserve rausziehen. Wie gesagt, das ist jetzt kein großes Aha-Erlebnis, aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit, kurzfristigen Ölbetarf zu stillen. Wieder so eine perfekte Basis. Ich habe übrigens wieder vergessen, den Ausbildungssegen anzumachen. Ich glaube, ich mache aber heute auch keinen mehr an. Das war definitiv genug Gezocke jetzt. Ich habe ja nebenbei noch den zweiten Account so ein bisschen verwaltet. Also heute waren es sicherlich mehr als anderthalb Stunden, die ich für das Spiel aufgewendet habe. Das ist dann auch irgendwann wieder genug. Im Weltkrieg ist es tatsächlich für mich derzeit auch so ein bisschen Überwindung. Ich muss mich halt, das Spiel macht halt nicht einfach von sich aus Spaß, sondern man muss sich schon mental dazu so ein bisschen überreden. Denn die Weltkriegsgegner, die man bekommt, sind alles andere als fair. Ich bin da noch immer ein bisschen sauer, weil Nexen im letzten Update so mega groß geprallt hat. Ja, wir haben das Weltkriegsystem verbessert und die Gewichtung von Weltraumzeitalterbasen ist jetzt ja so viel fairer und es funktioniert alles besser. Und von diesen ganzen Patchnotes die Nexen bis jetzt immer rausgehauen hat und gesagt hat, wo alles besser wäre, habe ich bis jetzt ganz ehrlich von den aller, allerwenigsten Dingen tatsächlich überzeugt, wahrgenommen, ja, das stimmt, da haben sie was verbessert und das ist zugunsten der Spieler gegangen. Zum Beispiel das jetzt mit der Gewichtung von Weltraumzeitalterbasen. Ich zeige euch gleich einfach nur mal, wie bei uns im Weltkrieg jetzt die Basen gelevelt sind. Also nicht gelevelt, sondern gerankt. Also was für Basen auf den ersten Plätzen stehen und was für Basen auf den hinteren Plätzen. Und ich brauche euch überhaupt nichts mehr dazu erzählen. Ihr werdet gleich selbst sehen, dass das absoluter Bullshit ist von Nexen. Also dieses Wertungssystem klappt halt immer noch nicht. Also es war vorher scheiße und es ist immer noch absolut scheiße, wenn man es beim Namen nennen möchte. Und ich weiß nicht, warum Nexen da so groß mit den Fahnen wedelt und dafür Werbung macht. Es wäre jetzt besser nach dem letzten 7.4 Update, denn das ist es faktisch nicht. Ich weiß nicht, ob es sich minimal verbessert hat. Ich kann keine Verbesserung spüren. Es fühlt sich auf jeden Fall endlos scheiße an. Wenn man sieht, dass nahezu Weltraumzeitaltermax Basen auf Platz 7 sind und Kalterkrieg-Basen und andere auf den ersten Plätzen rangieren. Also man hat immer so dieses Gefühl, das Ranking sagt ja nichts mehr. Ich muss eh alle Basen durchschauen, um zu sehen, welche denn jetzt überhaupt die stärkste ist. Oh, wir haben schon 21 Minuten. Dann zeige ich euch noch die Weltraumzeitalter, also die Weltkriegsbasen und welche Reihenfolge sie haben. Dann ist das Video für heute auch zu Ende, in der Hoffnung, dass es noch nicht abgestützt ist, weil wir über 20 Minuten sind. So, hier ist der Weltkrieg und ich zeige euch jetzt einfach mal, in welcher Reihenfolge die Basen stehen. Wir gehen jetzt von mir aus, ich weiß nicht, ob ich die Basen zeigen darf. Ich glaube aber schon. Basis 1 würde ich jetzt mal solide irgendwo zwischen Atom und kalter Kriegszeitalter einordnen. Ich sehe nichts Weltraumzeitaltermäßiges, es sind teilweise noch Atomzeitaltergebäude dabei. Das ist unser Platz 1. Platz 2 würde ich genau dasselbe sagen. Wieder Atomzeitalterdinge dabei. Ich sehe kein einziges Weltraumzeitaltergebäude wirklich. Also alles nicht mal kalter Kriegszeitalter, Max. Und das waren die Plätze 1 und 2. Da bin ich sogar schon. Und ihr seht, meine Basis ist auch allerhöchstens kalter Kriegszeitalter, Max. Wobei auch nicht alle Gebäude Max sind. Die relevantesten höchstens vielleicht. Hier ist sogar eine Atomzeitalterbasis. Atomzeitalter, merkt euch das. Eine Atomzeitalterbasis auf Platz 4. Platz 5, kalter Krieg. Aber sind auch globale Gebäude dabei. Also wieder so dieselbe Ausbaustufe irgendwo zwischen Atom und kalter Krieg. Auf Platz 6. Schaut es euch an. Level 294. Ihr seht es an den Mauern. Also hier ist schon ziemlich viel Dope und Richtung kalter Krieg. Schaut euch mal die Generäle an. Und er ist einfach auf Platz 6. Kann mir niemand, auch nur niemand erklären. Er hat auch seine Forschung nicht vernachlässigt, warum die Basis dann tatsächlich so weit nach hinten gerankt ist. So, bitte dran denken. Also ich hoffe, ihr hört das jetzt noch. Dann ist das Video nämlich nicht abgekackt. Feedback da lassen unter dem Video. Wie fandet ihr das Video? Habt ihr verstanden, worüber ich reden wollte? War das zu viel Kauderwelsch? War das zu ungeskriptet? Wir sehen uns bald wieder. Domination Tipps.